Wir haben heute den ultimativen, ganz kostenfreien Tipp für euch, nämlich eine App, die euch in Zukunft perfekt berät, wenn ihr online oder auch tatsächlich als Mensch in einem Geschäft einkaufen gehen wollt und wissen wollt, bei dieser Marke, welche Größe muss ich mir denn da aussuchen, weil wir kennen das alle. Eigentlich habe ich die und die Größe, aber bei dem Label ist es dann so, bei dem anderen Label ist es wieder eine Nummer größer und da gibt es jetzt eine App für, dass das überhaupt keine Frage mehr ist. Und es gibt 50 Brands online, wo man wirklich gucken kann, das brauche ich von der Firma und so muss ich die Größe dann für mich einkaufen. Genau, über 300 Marken. Wir sind natürlich alle total durchgedreht, als wir diese App schon mal gesehen haben und haben uns unser Profil eingerichtet. Wir haben uns ein bisschen lustig vermessen, man muss es nicht zu kompliziert machen. Ganz viel, weil ich jetzt ganz viel in der Birne. Hier ist die Hüftung. Du hast ein Ex-Model, ne? Ein Meter acht oder neun. Ich wusste das ja schon vorher. Ja, genau. Aber man kann da ein paar Größen eingeben und schwuppdiwupp schon schwupp diese tolle App alles aus, was man eigentlich so braucht, um perfekt shoppen zu gehen. So, und wie die App aussieht und funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Ich zeige euch jetzt mal, wie schnell und einfach man mit iFitU seine Größen herausfinden kann, egal in welchem Land man ist. Also, weiblich, das stimmt schon mal, das bin ich. Alter, gibt man ein, da bin ich, da liege ich da. Kilo, okay. Fußlänge, Kopf und so weiter. Also, ihr seht, die App führt euch ganz einfach durch das Menü. Und das Tolle ist, wenn man im Urlaub ist oder man ist kurzfristig im Ausland und sieht was Schönes zum Anziehen. Und dann denkt man sich ja, welche Größe habe ich denn da jetzt, ne? Dann kann man da nachschauen. Das geht auch, genau. Ja, in St. Petersburg war das jetzt, wo ich jetzt auch irgendwie, keiner hat mich richtig verstanden. Und dann konnte ich da schack-tack Internet gucken und dann war das natürlich perfekt mit der App, ne? Ich bin ja gerne in Asien unterwegs, für mich ist das auch perfekt. Also, erstens kann ich ihnen direkt zeigen, weil die verstehen halt auch überhaupt nicht, wie ich rede. Und ich verstehe leider Gottes weder Thai noch irgendeine andere asiatische Sprache. Ja, ich kenne das auch. Ich bin ja auch viel unterwegs für meine Reisesendung. Und selbst in Europa, also italienische Größen, französische Größen kennen wir ja so irgendwie anders. Wenn ich aber weiß, ich will das Label XY haben und bestellen wir das dann in einem Shop, dann spuckt es mir direkt die richtige Größe aus, wenn ich mir das Profil eingeregt habe. Aber sehr praktisch. Also, es erleichtert einem schon das Shoppen. Und die App lernt, die weiß in Zukunft, worauf ihr eigentlich sogar steht. Das heißt, sie zeigt einem direkt die Labels an, die man sowieso gerne trägt und die gut zu einem passen, was genial ist. Ja, da kommen super Vorschläge. Also, sie guckt alles in Sachen Wollmaus. Ich gehe scheinbar demnächst hier. Und vor allem, das Tolle ist, es ist alles kostenlos. Also, es kostet nichts. Ladet euch die App runter. Entschuldigung, mein Deutsch ist ein bisschen blablabla. Ladet euch die App runter. Keine Kosten. Und frohe Schocken. Und tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Ich steh noch hier. Hahahahha.